Servus Leute und damit herzlich willkommen zu einer Special-Folge hier auf der Rade WC6 dem wir gerade fett Mais häckseln IHOC im John D. 9900i Nehm ich den Fotos, nehm ich wohl doch Wo ist ein Waltra Wo ist das überhaupt noch einer? Eine N-Serie, das ist sichtbar, doch du Blutschack Die schauen alle scheiße aus Ja, ich bin damit hier rufstall Nicht ganz so scheiße oder was? Fickst doch, und Ruckel? Brauchst bloß Gas geben Nein, ich bin nicht bei meiner Tasche nicht, weil ich bin direkt Und wem ist dann noch der Ander mit seinem 800er Ja, der, was schon wieder so nah an mir ist Ich möchte dir wie schon wieder schmusen mit seinem blöden Kratz Ich sag da, steh, schlägst Und ja, der Sepp wie gewohnt am Chips fressen Ey, was soll ich dir wie gewohnt? Wir sind übrigens im Dezember Chips fressen Ja, warum? Dezember? Ich mach ein Winters, die Arsch Ja, Falle Und ja, logischerweise Wenn sie unter rechts schaut 26,8 Stunden Ach, scheiße, jetzt hab ich angehängt Ja, ich hab nicht gewusst, dass das die Taschen auf dem Lenkrad ist Ich hab einfach alle Taschen Also 26,8 Stunden Also 26,8 Stunden hat der Häcksler schon Also ich bin Also ich bin Also ich bin Ich hab doch Ja Ja, aber schon das meiste Ja, klar, beim Niner hab ich auch einen gefahren Nein Doch Nein Wer hat gleich nochmal beim Ladewagen den Vorführer gefahren? Und jetzt sein Niner? Ja, gut Das passt Glaub ich Du Wer hat mit der Presse noch fertig pressen mein, weil der andere keine Lust gehabt hat Das hab ich nicht gesagt Wer war das? Das hab ich nicht gesagt Das hab ich nicht gesagt Ich Hab das gefahren Und hab der Niner gefahren Ja, du hast selber einen Bull noch Ja, aber ich häng da nicht in 1800 rein Ja, mein, dann hätt ich meinen gescheiten Bull noch gekauft Hätt ich, hätte, hätte, hätte Ja Ja Wir brauchen grad übrigens fast 600 Liter die Stunde 600 Liter die Stunde Oder? Wenn das aktuell ist, dann schon Was brauchst du da so viel? Leberkasamen Malcht Moin Liter als Leberkasamen Ja. Zwischen 500 und 600 No, oh, okay Wenn ich das so richtig, sieh Kriege ich da ohne? Nein ein da okay nur nicht wo vorziehen das ist eigentlich zu in was für sie so und da auch machen da ist auch weil beim anderen wie ich nicht drauf und ich hab keinen Bock weil das kann ein Gramm kann ich nicht geschoben haben ja hättest du halt ein neiner geholt und hättest es geschoben driften man ja fahler hund freilich zwei sieben ja immer bist wie viel haben wir eigentlich schon habe ich gemerkt ach so ja oida hey fein schon noch irgendwie ein wenig was mit der ganzen Welt nicht mehr schon fertig werden ja aber mei im neuen Sinne schon ein wenig Grünrocken gemacht haben dann können wir wenigstens gescheit häckseln also mei ist häckseln die er der Grünrocken immer schon ein wenig mehr da okay ja also ja ich hab mir gerade schon ich hab mir gerade schon gedacht was ist der Dreck Stützfuß so weit und ich fahre mir noch die Naffe einmal wenn ich die Diener angst dann drückst du auch so der ist voll blind rausziehen Bolzen rausziehen hochziehen und dann reinstecker da ist der Portellet der Hunde zu viel Kraft mir wird für die Chips Kumpel auf ja klar ja ich konnte doch damit brauche ich schon was machen aber der macht nix hey wie bringt man da den jetzt nach Sack holt ja er war ein Land jetzt ist er weiter dran ja ich hab ihn gebraucht ja wow ich lass los du bist so komm ich da ach das ist häckselklappen was ich da steuern ja das gehört dir wahrscheinlich so ja das gehört sich so 2 cm über dem Boden ja ja wenn ich dir eine Bodenweintour vorstehe mit Fahrbahnhof ich hab's ja extra in in weiß in der Rotkaff bei sonst kriegt man wieder Ärger ok ja weisch ja da gibt's einen bei uns bei uns ach bei uns sogar ja kriegt man Ärger weil der Valtra schmeckt schon guter und scheiße hast du denn schon mal reinbissen oder was hast du denn schon mal reinbissen oder was ja der Räufer schmeckt nicht gut ja der Räufer es gibt keine Valtra Reifen also ja du hast ein Armaturenbrett schmeckt auch nicht so gut ja Kloscheiben schmeckt nie gut ich hab Armaturenbrett gesagt nicht Kloscheiben du Depp ja da ist ein Kloscheiben drüber ja da ist ein Kloscheiben drüber ja da ist ein Armaturenbrett ja kann schon sein was weiß der nicht excuse me ja im 2022 ja im 2022 ja im 2022 kannst du dich sonst noch schön kauf mir lieber eine Leberkasse ich brauch eine Kaffe weil hast du dich noch unter dem Sitz liegen oder was und die tust du jetzt vorwärmen ja danke cool damit das Klauschow ist weil er schweißte die Beteilter Blöden Bröder woher die Kinder waren klar ist schnell an der Reimler Raul m Schärpern Rupro du hast eigentlich lernen Lerner eine schöne Besser das werden und sie sind sie in geschlüsseln ein Lerz war es geschafft bis er sich der Fettigke an den Menschen es es erweilig wo zu berühren wenigstens die anpacken er hat genauer und nicht nur ein erhofft und leidert die wirt exklusen und manchen ich war da waren b ich will dich besser ob ich der Schwab vorerst über Prozent da hat sie mein Charakter eigentlich gesenkt ein Case T-Shirt ja da ein Sonnerbrühe und der lila Kappen heute dran wie schön jetzt sagen jetzt läuft ein Video drum so ist jetzt mal besser nicht ja euch einfach mal der Mai wir sind auch immer von mir bei der EU ist schon ich bin von mir Prozent über das wir haben ein wenig wenig das war der Ort von ich habe mir schon bei Apulio bei der es sind die Machen an Dauer und Kaffee und Kaffee ich verkaufe und kauf verkauf mein Bruder und kaffte vier Tage machen wir dann gleich die Kieren raus, Gottam ich mach ja schon mal einen Feiraum, ne, Spaß ich mach ja schon mal einen Feiraum, ne, Spaß oh, 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 oh hol' mich auch Freis du musst schon zwischen jedem Acker... da war noch ein Luther Lukas, der Wannwälder Lukas, der Wannwälder oh, jetzt muss ich dann selber legen oh, jetzt muss ich dann selber legen vier Jahre geht hin du musst halt noch was durchbauen ja, eure Höhe das ist schon schmeckt gar nicht gut, gell ja excuse me ja, 222 oder sind wir den Acker der Drehmauer die sind immer fiesig jetzt mach die zu nehmen, jetzt mach die 34 war einfach zum nächsten 8000, gell, da steht mit dem Rinderzahn ja, die steht auch die Acker, die nimmt damit die, die nimmt kaputt ich mach doch doch rein von wo die ein von Funkbölde ist Alter, da muss ich wieder Zahn klappen und dann wieder ausklappen, oder wie? Zahn ja, warum die Furchte Hefte mit oben und einer Klappenketsch, oder? ja, warum du vollst du heftig das mit oben und einer Klappenketsch, oder? ja, nein, der flink flink, aber nein ne das ist kein Maulkorb na der hat einfach rundum leichten an auf dem Feld mein mein und übrigens das ist ein Bug bei dem äh weil die rundum leichten und sind die kann schon nachfahren ja, aber es wird die anderen nicht angezeigt ja, die Türen zeigt sich auch nicht an ja ich weiß ja, mei red halt mit ihm bin nicht schuld ich fahr bloß n Johnny ich fahr bloß n Johnny gehe die gut krass die auch gleich ja, ach, dass ich jetzt sehe, ist schon geil mal so ja, ok, den kannst du grad noch fahren aber die ganz alten sind noch geil die, was noch richtig Eisenschwein sind Johnny hat schon immer Eisenschwein die kannst schon fahren da ist ein wenig ein Baum im Weg Entstehende durch da ist ein wenig ein Baum im Weg Excuse me, wir haben's verdammt Gott, hey oh wo hat er noch das Aggregat aus? ja, ich hab B und V verwechselt ja, ich hab B und V verwechselt da ist ein Zahn mittendrin was ist? da kommt mittendrin ein Zahnbaum dein Ernst? wo? ja, da ist ein wenig ein Back jetzt dann ja, hat er doch gesagt Buh ja, an der Einfahrt naa wie hast du jetzt dann gleich merken? mit den hat er gesagt im Hexen ist jetzt gleich mit ja 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 brauche ich ein Messer in der Trommel woher weißt du das? weil ich das schon mal gemacht hab nach dem Pfad der Buh hat keine Hobbys, hey nein, hat er wirklich nicht he nein, ich hol's nicht Alex und auf der ganzen oder schitte mir auf ganzem etwa groß ey, ich wollt grad schon sagen zahn du ihn nicht ja 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 ich ich nein, ich kaufe mir jetzt einen anderen Bull doch Alter ich krieg jetzt rausgeboren ey, halt komm, ich höre immer noch ja was? da hab ich jetzt gesagt, einen Kaffee mehr neuer voll, geh? das musst du natürlich auch älter machen, oder? ja ja, klar ich kann's ich bin voll, ja halt voll nach einer Heim, oder was? nein was wird das da, wenn ich fragen darf? äh, er hat so gut geschafft was? nix gut, Leute so genau wolltest du auch nicht wissen also gut, Leute wir zeich lasst ein like und ein abo da da hat man schon gut gefreut ja die wird die Glocke genau und ja servus wir zeich hallo